Anlegesteg ist erst mal fertig. Kann ich erst mal mit leben. Gucken wir mal nach unserem Kompost. Es ist eigentlich schon wieder Nacht, weil wir hier malochen wie ein Doofen. Das hier gefällt mir noch nicht. Das hier müssen Bäume sein oder so. Oh Bäume, das wäre doch ne Idee. Himmel-Eichen. Äh, nein. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wie sieht es denn aus? Fünf. Und ich hatte hier eine Menge Sticks drin. Leute, ernsthaft? Wie lange das dauert? Das dauert ja ewig. Ach du Idiot. Und schon ist ein neuer Tag. Wisst, vom Trinken erwischt worden. So. Ähm, dadadam. Ach, schön. Schön, wenn alles wächst. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich ernten. Mann, ich muss ernten. Wie sieht es denn hier aus? Gut. Ähm, warte mal. Um aus Soja Tofu zu machen, brauche ich so ne Presse, ne? Brauche ich ne Presse. Presse, Presse. Ne Presse. Saftpresse. Schadet auch nicht. Ne, warte. Tofu. Seidenes Tofu. Fester Tofu. Barbecue Tofu. Festen Tofu. Ja, wie mache ich das? Oh. Ähm, bau, 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 bau. Soja. Ne. Bau, 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 bau. Dreh. Presse, Presse. Ah. Presse. Pfff. Kolben. Äh. Eisenbarren. Redstone. Stein und Holz. Eisenbarren, Redstone, Stein und Holz. Gut, ab in die Werkstatt. Stein, Stein. Äh, ha. Warte, wo ist meine Werkbank? Hier. Äh, Redstone, Eisen, Stein. Stein, und Holz. Ah, ist ein Coil, ok. Und hier, wo ist meine Werkstatt? Ich bin manchmal gar nicht so doof. Aber nur manchmal. Wieso habe ich eigentlich jetzt schon wieder... Und da das ja ein Küchengerät ist... Kommt es? Na? Richtig. Richtig. Das kommt hier in die Küche. Ordnung muss sein. So. Ähm... Aha. Eigentlich müsste das hier so irgendwo stehen. Na, warte, komm. Ah. Sehr schön. Das passt hier nicht hin. Obwohl... Warte, das war Specken, das ist so weit weg. Äh, da arbeiten wir auch noch dran. So, wieder was nebenbei geschafft. Äh, hatte ich eigentlich noch was im Komposter? Ne, ne? Was haben wir hier noch in der alles erstmal sortieren Kiste? Leute, 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 Leute. Kann ich totes Holz kompostieren? Kürbisse kann ich auf jeden Fall kompostieren. Roggen. Wieso habe ich den Roggen eigentlich nicht gepflanzt? Weil du... Weil, ne? Ich sag mal weil. Und Spargel habe ich auch nicht gepflanzt. Was ist das eigentlich? Äh... Persimone. Ah, das konnte ich doch mit einem Setzling verbinden, oder? Hängepflanze. Ah. Der weiße Bambus. Genau, den kann ich da auch kompostieren. Hier wird erstmal alles kompostiert. Verdammt nochmal. So. Das hatte ich für irgendwas gebraucht, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe es vergessen. War das Papier? Ich glaube, das war für Papier, ne? Warte mal, das nehme ich mal mit. Eigentlich ein Setzling. Ich habe keinen Platz mehr. Manchmal ist es zum Brechen. Zum Brechen ist das mal. Und da ist der dritte Apfelbaum. So. So, mein Freund. Äh, hier wirst du erstmal... Ne. So, zack. Du wirst erstmal hier... Kompost. Kompost. Ich kann totes Holz kompostieren. Ah. Aber ich will aus Toten im Holz was bauen. Aber ich kann mir auch nochmal totes Holz holen, ne? Das sollte ja nicht das Problem sein. So, darauf sollte doch ein bisschen was werden, oder? Habe ich noch irgendwas zum Komposten? Ne, ne? Ne. Spargel und Roggen wollte ich noch pflanzen. Wo haue ich das denn jetzt hin? Warte mal, hier kommt der Soja. Hier kommt der Mais. Gerste. Hafer. Eins, zwei, drei, vier... Ach, schade. So, komm. Bäh. Gut. So. Jetzt wollte ich mal gucken hier mit dem... Wie sieht's aus? Einfach mal ausprobieren. Ich muss es mal ausprobieren. Ansonst, äh... Na, totes Holz sollte ja wohl wieder beschaffbar sein. So. Verdammt! Wieso kann ich mir das nicht pflanzen? Ach, das ist der falsche Baum, ne? Was ist der falsche Baum? Was habe ich denn hier noch für Setzlinge? Ein Eichensetzling hätte ich noch. Ein Schwarz-Eichensetzling. Ja, Karander-Setzling. Orangener Herbstsetzling. Und ein Fichtensetzling. So, da kann man ja mal kurz... Kann man ja mal kurz ausprobieren, nicht wahr? So, Persimone. Eichensetzling geht nicht. Fichte? Geht nicht. Schwarz-Eiche? Geht nicht. Karander? Geht nicht. Geht nicht. Schade. Die kann man nicht selber anbauen. So, die Setzlinge hier erstmal wieder rein. Die Persimone. Ja, das war für... Äh... Für die Persimone. Ernsthaft? So. Bin ich hier drauf rumgesprungen, sag mal? Ich glaube schon, ne? Shit. Hör doch mal auf zu fressen. Du denkst immer noch ins Essen. Oder? Ah, okay. So. Let's go. Let's go. Let's go. äh, ja, alles gut, Per Simone wo kommt denn die Simone hin? da habe ich eigentlich ein Apfelfach? nee, ne? wieso habe ich eigentlich kein Apfelfach? unverschämtheit ach, und Traum und Tomaten Tomaten wollte ich auch noch pflanzen verdammte Untat, ey wo kann ich denn wo kann ich denn sechs Tomaten pflanzen? warte mal was ist das? Erbsen? grüner Pfeffer Chili Pfeffer Salat Tomaten so, Trauben Trauben kann ich noch nicht pflanzen da habe ich keinen Platz für außerdem müssen Trauben anhangen Trauben müssen an einen Hang ha 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 siehste, schon wieder eine Idee schon wieder eine Idee eine Idee jagt die nächste und du kommst einfach nicht hinterher es ist zum brechen Apfelfach Apfel Trauben habe ich schon Trauben? ja habe ich schon nö habe ich nicht doch das wären Trauben aber das sind Brombeeren ich habe noch keine Trauben Himbeeren, Beere, Erdbeeren, Püls ja dann zack dann war da Trauben zehn Kürbisse die könnte ich eigentlich komposten apropos Kompost ich muss mal eben gucken was mein totes Holz macht was macht denn mein totes Holz? ist das denn wenigstens ergiebig? wenn es schon sonst nichts bringt nein ist es nicht 27 tote Holz und da sind erst mittlerweile drei Kompost raus ey ich brech ins Essen das hat sich absolut nicht gelohnt das tote Holz zu komposten ich darf nur mal wir machen jetzt mal Frust schlafen aber echt ey man so ne so was wollte ich jetzt? ich wollte irgendwas machen eigentlich wollte ich nicht ernten aber und du stehst ja auch völlig doof Mann du stehst ja auch völlig doof du stehst ja Gasse muss ja kommen tötetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Was ist das? Das sind die W Raum an. Untertitelung des ZDF. ZDF ZDF. 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 da 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 So, Zuckerrohrplantage, aber hier fehlt Wasser, ich habe keinen Eimer dabei, natürlich habe ich keinen Eimer dabei, wieso sollte ich auch einen Eimer mit mir rumtragen? Was meinst du dazu? Okay. Wow! Hahaha! Ah! 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 Wie sollen wir denn hier sowas schönes? Ich glaube ich war hier aber schon, ne? Wo sind meine Fackeln? So, hier geht's raus. Alter! So, okay. Okay. Ja, guten Tag, liebe Freunde. Eisen habe ich zwar genug, aber was heißt genug? Ich habe einen kleinen Vorrat. Genug hat man nie. Mach sie immer an. Granit. Wenn ich mal wieder ein Dach decken muss. Kohle ist auch immer gut. Gut zu wissen. Da geht es nicht weiter, ne? Ne. So. Hallo Eisen mein Freund. So. Was ist das? Marmor. Marmor kann man auch immer gebrauchen. Kohle? Braucht Kohle? Ne, ich muss mir nur merken, dass es hier Kohle gibt. Von daher. Ah. Was haben wir denn hier? Kohle. Eisen. Okay. Muss ich sagen. Nehmen wir mal mit, ne? Frisst ja kein Brot. Dann kann man immer gebrauchen. So. Gut. Oh. Geht's weiter? Oh. Geht's weiter? Oh. Oh. Geht's weiter? Geht's weiter? Oh. 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 Hoppala hoppala. Hoppala hoppala. Ja geh doch weg. Du tust mir nix. Ich tu dir nix. Was sind die Regeln? Was du draus machst, ist dein Problem. Ich hatte eigentlich nicht vor, das hier jetzt in der Höhlenwanderung ausatmen zu lassen. Gras. Lecker Gras. Gras und Erde. Oh, Lava. Oh, Lava. Oh, Lava. Oh, Lava. Das ist dieses Olivenkram-Zeug, ne? Ja. Was auch immer Oliven ist, was auch immer das ist. Geht's hinter der Lava weiter, oder nicht? Der hat ja doch so viele Steine. Ach, das kann ich mir auch ein andermal angucken. Ich hab auch kein Wasser bei. Äh, warte. Äh, ne, warte. Hier wollte ich ja rein. Eisen hab ich gesehen. Über Kopf. Ha, leck mich. Okay. Okay. Das mach ich ein andermal. Da geh ich jetzt nicht runter. Wo war das Eisen jetzt? Hier. Hier war ich, ne? Ähm, ja. Gut, gut. Kreide, okay. Äh, ja. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen Kohle mitnehmen. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Was ist das denn? Warum hat der denn jetzt herangesucht? Na, ich muss mir auch Fackeln bauen. Also muss ich ein bisschen Kohle mitnehmen. Weil ich weiß ganz sicher, dass ich keine Fackeln auf Lager legen hab zu Hause. Von daher. Oh, schön, hier nicht Kohle mitnehmen. Hier Kohle. Komm mal her, bitte Kohlen doch. So. Gut, hier bin ich gewesen. Habe ich jetzt gerade die Fledermaus, hast du sehen, getötet? Ne. Alter, was ist denn hier los? Schwierig. Und unter der Kohle ist Eisen, natürlich. Äh. Fängst du einmal an, bleibst du dran. Das ist doch nicht wahr hier. So, reicht jetzt. So, reicht. Ich muss hier wieder raus. Entschuldigung. So, wo war mir denn jetzt mein Ausgang da lang? Äh. Wieso habe ich hier zwei Fackeln gemacht? Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe nichts zu essen bei. Ach, doch. Reicht. Da ist aber auch nichts Tolles hier. Muss reichen. Komm. Ei. Ich habe mir da, was ich die Körbombe. Ich habe meinen Ausgang, habe ich, was ich geboren. Wenn ich jetzt nielles, bin ich liebe, zuerst.